Hallihallo, ich bin. Heute ist der 21. Februar. Ich bin in der Anlage hier bei Cedar Glen und würde ich mich jetzt sonnen und dann ins Wimmingpool gehen. Ich bin hier alleine. Wahrscheinlich 40 Minuten würde ich mich sonnen und dann ist die Sonne weg. Okay, jetzt zeige ich, dass ich hier bin. Wo bin ich? Hallihallo. Okay.